So, ich will euch heute mal eine kleine Farmeinheit zeigen. Ja, dafür sind wir halt mit 2 gegangen, nach dem letzten Mal, wo es so krass fehlgeschlagen hat, meine Farmeinheit. Da habe ich mir gedacht, komm, wir sind mal nach mit 2. Und jo, parallel läuft das Spiel Russland gegen Algerien. Russland führt mit 1 zu 0. Das ist dann somit auch zukünftiger Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei dieser WM. Und jo, suchen wir ja am besten mal ein Steinchen. Müssen wir nur eins finden. Da haben wir eins. Ist denn da vorne im Kloppen wie verrückt. Dieser Tod geht. Na gut, Steinchen ist da. Ihr seht, ich habe noch 2 weitere Fußbälle getroppt. Sehr erfreulich. Sehr gut. Heu kann man auch gebrauchen. Ich werde jetzt auch mein Pferd wiederbeleben. Das ist dringend notwendig. Weil dann ist das ganze, der ganze Spaß ein bisschen einfacher. Und ja, ansonsten bin ich hier ein bisschen unterwegs gewesen. Vorhin schon eine halbe Stunde. Aus den 2 Fußballen hatte ich jetzt hier keine große Nennenswerte ausbeutet. Wiederholter Schuss-FB. Ansonsten nichts Nennenswertes. Ich glaube, ich habe hier noch nie eine VMS getroppt. Also auf einem DE-Server. Auf einem P-Server ist das gut mal möglich gewesen. Aber auf einem P-Server, nee, habe ich noch nicht getroppt. Ich ziehe kurz das Headset auf. So. Geht nicht. Ich habe es irgendwie verkabelt. Die ganzen Kabel rumgewickelt. Deswegen geht es nicht. Ich hoffe, man hört meine Stimme auch so gut. Ich habe mich entsprechend hingesetzt und das Mikro ausgerichtet. So, jetzt habe ich schon einen Großteil des Steins geschafft. Jo. Hoffen wir mal, dass ein nices FB rauskommt. Der FB-Preis ist jetzt... Ja, schon okay. Der Sili-Preis ist relativ hoch. Oh, Ausgleich. Algerien-Russland 1 zu 1. Mhm. Nach einer Freistoß-Situation. Dort greift vorbei. Und... Der Schütze. Der Kopfballjäger macht das Ding. So, jetzt haben wir gleich den ersten Stein. Je nachdem, wie die Ausbeut ist, machen wir da weiter oder nicht. Mhm. Wenn jetzt kein FB rauskommt, dann... Oh. Ja, gut. Mach mal weiter. Immerhin plus 3 gewesen. Ich trock mit so einem vom S. Bisschen des ist. Ist natürlich auch nice, wenn das jetzt nicht so wäre. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, jetzt reicht es aber auch hier. Die ganze Rasselbande will sich hier noch kloppen. Ja, wie gesagt, ich nehme mal das Schild raus. Dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Prozentemäßig finde ich es immer noch relativ zügig. Mir scheint ja sonst echt keiner irgendwie am Farmen zu sein. Also, dürfte es nicht so lange dauern, bis ich an den nächsten Stein finden werde. Ja, das ist relativ entspannt. Heute vor einem Fußball gucken Deutschland gegen... Warte, wer war denn das? Ha, Spaß. Deutschland, USA. Ich fand das Spiel, ganz ehrlich, war nicht so besonders prickelnd, weil... Meine Güte. Ein 1-0 bei diesen ganzen Chancen, die sie sich am Anfang gearbeitet hatten, war jetzt auch nicht so besonders klasse, würde ich mal sagen. Weiß ja nicht, wie es ihr seht. Kann jeder anders sehen, aber ich fand es jetzt nicht... Boah, ich sag jetzt mal so, ey. Das Spiel, das hat nichts von den Socken auf. Ich fand immer noch das Portugal-Spiel am besten. Ach, und ich hab 5... Äh, ich hab das Geld gewonnen. Richtig nice. Ich müsste eigentlich die Wettscheine mal zeigen. Nachdem ich das Geld geholt hab, kann ich da eigentlich mal ein Foto machen und dann irgendwo mal dranhängen oder so. Ich hab auch mal überlegt... Ähm... Ja, jetzt irgendwie hochzuleveln oder so. Aber jetzt hat sie halt doch keine Stimme. Ja, ich muss halt hier eine kleine Runde drehen. Ähm... Ich hab mir überlegt, weiter hochzuleveln. Oh, klappt das. Ähm, ja. Aber es... Dann brauch ich halt höheres Equip. Dann muss ich jetzt noch mehr farmen. Und ich hab schlichtweg das Geld dafür nicht. Kriegssense. Wow. Wow. Kampfvergabe. Schon gedacht, mit 8 Gift oder so. Das ist natürlich eine Hausbeute. So, jetzt müssen sich die Russen mal anstrengen. Ich weiß ja nicht, wie es in der Rebelle dort aussieht, aber... Das ist schon eine klare Ansage. Ich droppe hier was. Dem droppe ich eh nichts. Ich überlege gerade überhaupt nicht, ob ich den kloppen soll. Aber warte, warte, ich hab ein Request. Töte Bo? Ne, hab ich gar nicht. Ich hab Töte Go Pi. Naja, killen wir mal. Trotzdem, der ist nicht so stark. Wie er aussieht. Und den machen wir jetzt auch mal ganz schnell, weil ich komm zufällig ja doch ein FB raus. Auch wenn ich jetzt schon 10 Level darüber bin. Man soll ja niemals nie sagen. Ey, ich hab heute Karl S. getroffen. Kein Spaß, Mann. Ich hab heute Karl S. in Asper getroffen. Es ist einfach der Hammer. Karl S., also Asperg ist ein Ort bei Ludwigsburg. Wenn es dem einen oder anderen was sagt. Reißhaus. Ich hab Karl S. getroffen. Der Hammer. Ich sitze im Auto, mein Kumpel neben mir. Und dann so. Ey, das ist doch Karl S. Ey, das ist Karl S. Schau mal. Und der so. Wo, wo, wo? Und ich so. Ja, da an der Ampel. Der mit der Tost. Ey, ich werde ein Fenster unten gerade am Kolle pumpen. Der schneid sich ab, lehnt sich raus heute. Ey, Karl. Ich wende auf der Kreuzung, mitten auf der Kreuzung wende ich. Also vor dem Asia, äh, vor dem Reißhaus. Und dann sofort ausgestiegen. Foto gemacht. Richtig korrekt drauf. Und Karl, der mächtig am Posen. Naja. Naja. Ein blauer Tranquatran. Schau mal. Schau mal. Die will ich aber gar nicht killen. Die brauche ich gar nicht killen. So, den wollen wir killen. Die nimmt mir auch zu schnell. Ich dachte hier eben, das ist ein GoP. Ist er aber nicht. Also von daher. Machen wir mal kurz rein. Dann geht der ganze Spaß hoffentlich etwas schneller. Warum zeigt es mir oben jetzt kein Leben von dem Stein an? Das muss man jetzt nicht verstehen. Ich habe immer versucht, die aufzumachen. Aber es kommt eine Kacke raus. Ich kann die nur gebrauchen, was da rauskommt. Fertigkeitsbuch. Wow, ich habe einen Meister. Und ein Aurafb wüsste ich nicht mal, ob ich es sicher lesen würde. Mal ganz ehrlich. Warum sollte ich das jetzt lesen? Es wird mir momentan überhaupt nichts bringen. Ob jetzt hier. 147 oder 152 an. Ankerste. Klar, bringt es was. Klar. Ah, steht in den Kommentaren. Ja. Natürlich bringt es was. Ja. Aber in Relation dazu. Wenn ich für so und so viel Kacke mein Equip verbessern könnte. Bringt es mir wahrscheinlich relativ wenig. Das muss man eigentlich auch mal im Auge behalten. Und ja, also ich finde es cool, dass meine Videos jetzt doch schon ein paar Mal angeklickt wurden, muss ich sagen. Nicht hundertmal, aber freut mich doch, wenn es, auch wenn es nur ein paar Leute angeguckt haben. Das ist von gestern, haben immerhin schon 32 Leute angeguckt. Okay, jetzt waren hier nichts drin. Das ist schade. Macht aber nichts. Ich sehe schon, ich muss die 35er kloppen. Das andere macht wenig Sinn. Und einfach echt so, dass es wenig Sinn macht, die anderen zu kloppen. Also, ich gehe jetzt mal ein bisschen, wo soll ich denn hingehen, ins Ork-Tal oder ST1 mal versuchen. Aber ST1 ist halt zwei zum Laufen. Sollte ich ja vor mein Pferd fit kriegen. Mal sehen, dass das passt. Das ist im Grunde auch ein Bo. Da gibt es auch so eine Kampfgold-Quest mit den ganzen Bo's, die man töten sollte. Das ist, glaube ich, hier genau die richtige Quest, den wir noch ein wenig haben. So ähnlich viel Zeug. Hier hinten ist da wahrscheinlich was, oder? Wo ist denn der? Ach. Der Rollsfeller? Brauche ich auch nicht lesen momentan. Es lohnt sich einfach schlichtweg nicht. Ja. Ja, machen. Noch eine Quest mehr. Bravo. Ah. So was wäre nice. Bräuchte ich zwar direkt sowas gar nicht, aber so eine zu haben wäre nice. Wenn ich so ein Ding hätte, müsste ich halt auch automatisch dann weiterleveln, ja? Super. Da hat der einer hergelockt. Sind immer noch die Besten hier, die Tiere in die Mitte locken. Sind immer noch meine Lieblinge. Ich weiß gar nicht, ob man dafür gebannt werden kann. Ach, hier hinten. Man kann ja für so ziemlichen Shit gebannt werden, ja, glaube ich. Das hat's ja mal gelohnt. So. Wir haben hier den nächsten Erfahrungspunkt drauf. Und mal wieder eine Quest weniger. Wie ihr sehen könnt. Ich könnte ins Affenlandchen gehen und gucken, ob ich da ein paar PMs... Hm. Ich schicke es einfach, dass es nicht mehr ist. Passwort. Von meinem Buff weiß. Obwohl, warte, mir ist gerade was eingefallen. Ist gerade was eingefallen. Was passen könnte. Ah. Brutaler Bogenschütze, kann man auffarmen, wenn man möchte, klar. Und? Und? Hat nichts getrappt. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Und? Hä, wieso ist das Konto gesperrt? Ich stirb. Wieso ist denn das Konto gesperrt? Wieso? Egal. Komm. Das andere mitbuff können, kann ich auch ohne. Es muss auch so gehen. Früher, da hab ich hinten immer gelevelt. Da hab ich jetzt eine Mauszeige gelevelt. Zeig. Auf der Insel. Hab ich immer schön gelevelt und... War eigentlich... Ja, war nicht so effektiv für OTM, aber OTM hab ich einfach nicht gepackt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, das hatte ich nicht so einen Quill. Da hatte ich halt... Plus 7er Töp. Vom S plus 5. Ebis plus 6. Maximum plus 7. Ja. Was gab's damals? 100 und 200 TP Schuhe. Ähm... Ja, sowas in der Richtung, ja. Ja. Ja, ich könnte die schnelleren Stiefel noch verwenden für die letzten paar Meter. Boah, springte der jetzt. Ist ja nicht normal. Komm, wir machen jetzt noch auf 30%. Drop noch ein paar... Fußbälle. Und schon haben wir wieder ein paar Prozente gemacht, ne. Wie gesagt... Ich hab ja gesagt am Anfang von dem... Part hier... Nicht von dem Part jetzt, aber... Als ich auf die Ehr angefangen hab, ich möchte hier jeden Prozent zeigen, jeden einzelnen. Und das ist mir eigentlich auch so... Fast schon echt gut gelungen. Mit ganz wenigen Ausnahmen, glaub ich. Wo ich mal nicht gezeigt hab, ja. Und manchmal... Hat man auch die Cam nicht immer an... Eh, der das selber jetzt bleibt. Manchmal hat man auch nicht unbedingt Bock dazu, was zu sagen, zu erzählen, ja. Man muss es einfach machen, wenn man Bock drauf hat, sonst macht's keinen Sinn. Sonst ist man nicht motiviert, sonst ist man nicht bei der Sache. Sonst klappt das nicht. Ja, ich hab festgestellt, in meinen Let's Plays ist meine Stimme relativ, relativ leise. Und dann... Glück nicht daran... Leute, das ist irgendwie... Angst, hier zu sprechen. Sondern... Ich glaub, mein Headset ist einfach nicht das Beste. Und ich keinen Bock hab, wie verrückt, in das Headset reinzuschreien. Das ist von einer ganz normale Rede, ja. Also, es fährt bei uns hier auf jeden Fall ordentlich. Sofern man eins besitzt, ja. Am nächsten Level hab ich hier schon. Wenn's gut geht... Wenn's gut geht, Meister. Kampffrosch. Das wär ganz wichtig. Das wär natürlich sehr, sehr wichtig. Komm schon. Es rudelt. Ich hab's. Komm. Komm, komm, komm. Put, put, put. Dann sag ich schon mal an der Stelle Ciao. Haut rein. Ihr wisst, wie man richtig farmt jetzt. Nein, Spaß. Mach ich denn die Schuhe? Brauchst du Schuhe? Ah, schade. Ähm. Ja. Das war's. Der dritte Part jetzt von neuem. Und ich hoffe, ihr hättet Spaß. Es folgt der nächste und... Bleibt dabei, ne? Haut rein. Ja.